Servus. 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 Schau, du kommst uns. Du siehst es. Gehst du? Geht's? Alles gut? Das ist übertrieben, aber... Ganz verbleib, ja. Wo warst du denn du die ganze Zeit? Naja... Ich bin in 5.5. Bleib sitzen. Ich bin in 5.6. Antwerpen Deontation. 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 Noch eine Chance Sven, super. Noch ein Punkt. Noch ein Punkt. Super Sven. 4.000. Bist du gebet? Noch nie! 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 Heute müssen wir schon noch 5 Jahre kommen. Oder hängst der irgendwann! Aber jetzt ein paar Reduzerchen, das schätzt die Jungen auch noch vor. Ja! 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 Super Sven! Ja! Ja! Ich kenn mich jetzt auch gar nicht aus. Muss ich das? Nichts! Ich muss mich mein Erinnern! Dann macht ihr das von der Lade! Okay! Okay! Auszahlen! 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 Wenn du da gehswertig sagst, zahlst du aus! Schwierig nicht weiter! Er gibt ja noch nichts mehr! Dann nehmt ihr alles wieder weg! Geht mit auf! Die kämmt da nicht aus eben so her! Nimmst du aus! Ist ja gut, dass du da bist! Ja, ich muss aber kein G da! Aber das werden knappe Fünftausender werden! Die nimmst und fährst heim und machst einen schönen Abend! Was? Echt? Ja! Was ist denn jetzt, Mappi? Du hast da reden! Echt? Ja! Du wirst da nie wieder spielen nach dem! Du hast du da einen... Wenn's und was ist... Du hast da einen... Annoel? Was? Na, aber annoell irgendwas tun! Na, du wirst da nicht was ihm rennen! Echt? Sicher! Warum? Er gibt ja sowieso das, was er hergibt! Ja, das ist ein entscheidender, ja! Ja, richtig! Du wirst da nicht mehr genauso viel gehen, wie wenn's man zu Mathematisch reden hat! Scheißegal! Ja, okay! Alter! Yes! Ist das erste Mal! Ja, ist ja froh! Ist das erste Mal! Echt! Ist das erste Mal! Seid ihr vergönnt! Hey! Seid ihr vergönnt! Wah! Seid ihr vergönnt! Ich hab immer gehört von... 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 3000... Und so... Noch nie gehabt! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Yes! Yes! Gratulation! Fürst ja! Ja, hier oben auf die... Ich hab mal nicht wieder angefangen! Seid ihr da? Seid ihr da? Die sind, sie liefert! Die haben sich ja auch schon über... Von... Ist das wohl... Okay... Von vorher? Na? Anfacht oder? Ja? Xau-kart oder? Ich hab mir das rausgekommen, ich hab mir die Sektion nicht zuhören lassen, da oben, woher, hey, ich bin mal einstelliger. Ich übe, ich übe, warte doch. Wie kommt sich der Wasserball in die Banders? Ich hab mir ja nicht alles. Ich hab mir das rausgehe, ich hab mir das rausgehe. Ich hab mir das rausgehe, ich hab mir das rausgehe. So, ich hab mir das rausgehe. Ah, das ist ja mal eine Schreckkühle. Attraktion! Ja, ich hab mir das rausgehe. Ja, ich hab mir das rausgehe, oder gut. Ich hab mir das rausgehe, oder? Ich hab mir das rausgehe, und rausgehe wieder. Wenn er zu viel nimmt. Jawoll! Ich meine, er entscheidet eh, was er da gibt, aber ich will ein bisschen gespielt auch werden. Boah! Ja, aber drauf ist... Na ja, das wird schon... Schau! Das wird schon... Nein, ich meine, heilu! Er gibt das wieder zurück. Das ist nicht gut! Er hat gefragt deinen Nachbarn, der weiß das sicher haben. Echt? Er gibt das wieder zurück. Da hast du ja hoch gespielt, da kommen ja noch so viele Sechser. Der nimmt ja die Zähne weg, dann gibt er wieder drei, vier Sechser hinteren, oder? Ja Note das, doch. Ja. Danke! Da ist es so nett, oder? Kaffee Etwas? Natursch! Hör dich, Köhne! Natursch! Was hast du denn da? Nein, nein! Hier, da war es auf 9 Punkte. Gratulation! Soll es auch sein? Genau. Soll noch mal Martin das Ganze befreien? Richtig. Die Spiele sollen auch was da machen. Richtig. Und dann geht's die depends. Verbrauchung mit der Blur und der Schöne. Von der Reise. Drei. Milch. und dreig werden. Gewalt werden. Böke. Wiem. Hce.